So liebe Astrid, könntest du dich jetzt bitte einmal beeilen und von einem Lieblingsort der Küche dich entfernen, damit wir endlich einmal hergehen und auf den Ulrichsberg kommen mit einer kleinen Skitour mit den Schneeschuhen. Geht das bitte. Komm aus aus deiner Küche. Die Vorbereitungen werden getroffen. Zapp, zapp, der Ulrichsberg ruft. Ich habe auch den Berg auf den Jungen, das haben wir gern. Am Fuße des Monte Ule angekommen, da ist es jetzt endlich geschafft, ihre Sachen zusammenzuräumen, ihre Schneeschuhe, ja, die Bewegungen noch. Den Albert Kunzerschall vergesst man auch nicht, gell? Den Albert Kunzerschall. Einen Gott, nein, das waren noch Zeiten. Ja, ja, was ist das? Kranakapper, die Oberschlumpf, die Rasse. Das ist wohl fertig arrestiert. So, und auf in den Kampf. Mein Kampf, ja. Wir bezwingen den Monte Ule. So, auf, auf, gell ma, gell ma. Ein schöner Rücken, oder ja, das kann einen entzücken. Juhu. Ja, ja, draußen vom Walde, da komme ich her. Ich sage euch, es wintert schon sehr. Gebt zu, du möchtest stehen zu sein. Eieieiei, aber ich habe noch ein paar Meter. Ja, wir sind tatsächlich noch zweieinhalb Meter bis zur Kirchengang. Jetzt hast du euch geholfen, dann bist du wieder oben. Lass uns jetzt hin. So, die Kirche in Sicht. Ui, ui, ui. Das hat gezahnt bis daher. Ich halte mich. Du haltest dich? Ja, aber nur auf den Stück. Ja, super, bist du super. Ich bin sicher. Bitteschön. Herr Mädel, innen Teil der Kirchen. Und jetzt gehen wir Richtung Kreuz. Endlich angekommen, Erinnerungsfoto. Und da haben wir das Kreuz. Da haben wir jetzt das Kreuz. Schaut euch das an. Das Kreuz des Monte Ulrich. Das sind die Kirchen dazu. Sollts einmal alle auf so hergehen. Auch beim Schlechtwetter, so wie wir. Denn wir sind einfach keine schönen Wettergeher. Oder bergaufbremsen. Oder Beckenhandschwimmer. Wir gehen immer. Und das Ziel erreicht. Herrlich. Noch nicht. Das Ziel ist der Steak. Das ist was da haben? Das Steak. Ja, auf das Freude.